Naoko Takeuchi Für viele von uns gerade im deutschsprachigen Raum ist sie dafür verantwortlich, dass wir uns in Anime verliebt haben. Denn wenn es bei ihrem Namen noch nicht klingelt im Kopf, dann tut es das spätestens, wenn ich Sailor Moon sage. Denn Naoko Takeuchi ist die Mangaka, die Sailor Moon erfunden hat. Doch bevor diese Manga-Reihe von ihren Händen geschaffen wurde, war es ein weiter Weg. Sie wurde am 15. März 1967 in Japan geboren. Genauer gesagt in Kofu, welches sich in der Yamanashi-Präfektur befindet. Zusammen mit ihren Eltern Kenji und Ikoko Takeuchi sowie ihren jüngeren Bruder Shingo wuchs sie wohlbehalten auf. Möglicherweise kommen dem einen oder anderen diese Namen bereits bekannt vor. Denn Naoko hat die Namen ihrer Familie später für Sailor Moon verwendet. Zwischendurch jobbte Takeuchi noch als Miko in einem japanischen Schrein, welcher später noch als Grundlage für den Charakter Rei aus Sailor Moon dienen sollte. Sehr früh in ihrer Kindheit hat sie den Traum entwickelt, Manga-Cat zu werden. In der Highschool hat sie sogar einen Zeichner-Club besucht. Und nicht zu vergessen, weil es in Sailor Moon später noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ein Astronomie-Club. Aber wie es nun mal so ist, ist der Weg dorthin nicht ganz so einfach. Also musste auch Naoko einen kleinen Umweg gehen, bevor sie ihre große Karriere starten konnte. Und das Ganze ging über die Pharmazie. Denn nach der Highschool besuchte sie die Kyoritsu Chemische Universität. Auch diesen Abschnitt ihres Lebens hat sie später in Sailor Moon übertragen. Denn so haben viele Bösewichte Namen von Mineralien und Edelsteine erhalten. Aber auch während sie Pharmazie studierte, wurde sie dem Zeichnen nicht untreu. Und sie schaffte es tatsächlich mit dem One-Shot Yume Yanai-Ne 1985 in die Zeitschrift Nakayoshi Deluxe. Die Nakayoshi-Magazine sind dafür bekannt, aufstrebende Künstler eine Plattform zu bieten. Also nutzte Naoko die Chance, die sich ihr bot und veröffentlichte weitere One-Shots in dem Magazin. Aber bereits ihr zweites Werk, Love Call, erhielt 1986 einen Kodansha Award. Und sie schuf sich so langsam einen Namen in der Szene. Im selben Jahr schaffte sie den Abschluss in Chemie und fing danach als Apothekerin im Keo-Krankenhaus in Tokio an. Man könnte vielleicht meinen, dass ein Vollzeitjob für ihren Karrierewunsch ein Hindernis darstellen sollte. Doch Naoko war entschlossen. Mit ihrer absoluten Hingabe und der Unterstützung eines befreundeten Cutters arbeitete sie weiter an One-Shots, die regelmäßig veröffentlicht wurden. Darunter unter anderem Yumiro Rainy Button oder Prison Time Graduation. Schon bei diesen Werken hatte sich ihr berühmter Zeichenstil etabliert. Schon damals musste sie beim Verlagsschef ziemlich hart dafür kämpfen, dass auch Geschichten für Mädchen einen großen Erfolg haben können. Und sie wollte sich von alten Männern nichts sagen lassen, wie diese Geschichten auszusehen haben. Vor allem diese typischen Geschlechterrollen wollte sie durchbrechen. Doch so langsam wollte sie eine längere Geschichte erzählen. Und somit schuf sie 1987 ihr ersten richtigen Manga. Chocolate Christmas. Eine Geschichte über ein Mädchen, welches sich über Weihnachten in ein DJ verliebte. Zusammen mit Maria, welches 1989 folgte, hatte sie zugleich zwei erfolgreiche Manga geschaffen. Und die Weichen waren gelegt für das, was nun folgen sollte. Mit The Cherry Project konnte sie 1990 endlich den großen Durchbruch erreichen. Inzwischen zeichnete sie nicht mehr für die Deluxe Edition von Nakayoshi, sondern für das Hauptmagazin. So konnte sie eine breitere Masse erreichen. Also wählte sie für ihr nächstes Werk ein Thema, welches zu der Zeit sehr populär war. Mädchen mit Superkräften. Ein Jahr später kreierte sie also Codename Sailor V. In dieser Manga-Reihe drehte es sich um das Mädchen Minako, welches sich in Sailor V verwandeln kann. Mit ihren Superkräften kämpfte sie für die Gerechtigkeit. Codename Sailor V wurde nicht im Nakayoshi Magazin veröffentlicht, sondern im Schwestermagazin Run Run. Und war ebenfalls ein durchschlagender Erfolg. Nach drei Bänden war die Geschichte um Minako bereits abgeschlossen. Doch zu diesem Zeitpunkt stand eigentlich schon fest, dass dieser Charakter bald einen weiteren Auftritt haben wird. Denn Sailor V inspirierte Naoko dazu, das ganze Konzept noch mehr auszuweiten. Und so wurde aus einer Heldin für Gerechtigkeit gleich fünf. Also fing sie an, ihre neue Geschichte aufs Weiße Blatt zu bringen. Im Dezember 1991 war es dann soweit. In der neuesten Nakayoshi-Ausgabe erschien das erste Kapitel eines der wohl populärsten Manga unserer Zeit. Pretty Guardian Sailor Moon Ganz am Anfang hieß die Reihe noch Pretty Soldier Sailor Moon. Das Soldier wurde aber im Nachhinein auf Guardian abgeändert. Die Manga-Reihe lief bis 1997. Doch für Naoko Takeuchi ist das Abenteuer Sailor Moon bis heute nicht vorbei. Der immense Erfolg rund um Usagi und ihre Freundinnen, die gemeinsam als Sailor-Kriegerin gegen das Böse kämpfen, trug dazu herbei, dass es über die Jahre hinweg immer wieder neue Ableger zur Serie gab. Allen voran natürlich die erste Anime-Serie, die 1992 bereits an den Start ging. Und siehe da, der Erfolg blieb nicht nur in Japan allein, sondern breitete sich weltweit aus. Noch bevor die 18 Manga-Bände es hierzulande 1998 hergeschafft haben, bekamen wir 1995 auf ZDF die Anime-Serie. Bereits nach der ersten Staffel übernahm RTL 2 die Ausstrahlungsrechte. Selbstverständlich schlug auch Sailor Moon hier im deutschsprachigen Raum ein wie eine Bombe. Außerdem wurde auch Merchandise in Massen an die Menge gebracht. Doch Kritik an dem Manga und an die Serie blieb ebenfalls nicht aus. Einige bemängelten scharf, dass die Serie die Mädchen sexualisieren würde. Denn gerade das jüngere Publikum nutzte Sailor Moon als Vorbild. Aber diese Kritiken konnten Naoko, Takeuchi und Sailor Moon nicht aufhalten. Bis 1997 zeichnete sie an der Manga-Reihe fleißig weiter. Aufgrund der Absetzung des Magazins Run Run wurde die geplante Anime-Umsetzung von Codename Sailor V leider niemals Realität. Und somit blieb Sailor Moon die einzige Vorlage von Naoko, die jemals eine vollständige Anime-Serie erhalten würde. Nach dem Ende von Sailor Moon waren alle drauf gespannt, was Naokos nächstes Werk sein würde. Nur wenig später, noch im selben Jahr, veröffentlichte sie das erste Kapitel von P.Q. Angels. Eine Reihe, die sich auf zwei außerirdische Mädchen fokussieren sollte, die sich auf die Suche nach ihrer verschollenen Königin machten. Doch bereits nach Kapitel 4 war Schluss. Gerüchteweise hat Kodansha sieben Seiten des Original-Manuskripts verloren. Und für Naoko Takeuchi war dies der Grund, die Serie nicht mehr fortzuführen. Ebenfalls trennte sie sich von Kodansha als Partner. Stattdessen wandte sie sich zu dem sehr beliebten Magazin Young You. Und zeichnete dort Princess Naokos Return to Society Punch. Wie der Name es bereits verrät, drehte es sich vor allem um ihr eigenes Leben. Und die Probleme mit Verlegen, persönlichen Hoffnungen und Träumen, sowie Beziehungen. Und eine ganz besondere Beziehung führte 1999 zu einer Hochzeit. Und zwar zwischen ihr und Yoshihiro Togashi. Seines Zeichens verantwortlich als Mangaka für Hunter, Hunter. Aus dieser berühmten Ehe kamen zwei Kinder zustande. 2001 ein Sohn und 2009 eine Tochter. Die beiden hätten sich wahrscheinlich niemals kennengelernt, hätte Naoko nicht mit Kodansha gebrochen. Denn nach Kodansha ist sie zu Shoesha gewechselt. Dort hat sie nämlich Togashi während eines Meetings für die Weekly Shonen Jump kennengelernt. Nichtsdestotrotz brachte sie 2001 mit Toki Mecha und 2002 mit Love Witch noch zwei weitere Manga für Kodansha auf den Markt. Während Love Witch abgebrochen wurde, hat sie Toki Mecha 2005 noch fortgesetzt. Welches dann ihr letztes großes eigenes Werk war. Stattdessen fokussierte sie sich weiterhin auf Sailor Moon. Unter anderem 2003 mit einer Realfilmserie, wo sie stark involviert war. Als 2012 ein Anime-Reboot von Sailor Moon angekündigt wurde, startete auch Takeuchi zusammen mit ihren Kata Osano eine Kanzenban-Version von Sailor Moon. Was quasi eine überarbeitete Komplettedition ist. Zum Beispiel mit Farbseiten oder alternativen Covern. 2014 ging dann Sailor Moon Crystal an den Start, wo Takeuchi unter anderem unter dem Pseudonym Sumire Shirobara den Songtext zum Endingsong Moonbow beigetragen hat. Und bis vor kurzem arbeitete sie mit an dem Film-Zwei-Teiler Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, welche die Geschichte von Sailor Moon Crystal fortsetzte. Auch hier zeigte sie, wie über die ganzen Jahre hinweg ihr Talent für Songtexte. Takeuchi hätte sich niemals vorstellen können, dass Sailor Moon über 20 Jahre nach dem ersten Erscheinen immer noch so populär sein würde. Und dass es so viele Menschen lieben. Aber selbst noch heute, wenn sie jemandem sagen hört, dass er Sailor Moon mag, findet sie es fantastisch und macht sie glücklich. Wir können davon ausgehen, wenn wir das nächste Mal etwas von Naoko Takeuchi hören werden, dann wird es etwas Sailor Moon-Verwandtes sein. Die Göttin persönlich, die so vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat und es noch heute tut. Naoko Takeuchi. Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und ich hoffe, euch hat der Ausflug zu Naoko Takeuchi gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt für Mangaka, die ich dir vorstellen soll, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Denn hier an meiner Seite findet ihr auch einmal das Video zur Mangaka Rumiko Takahashi. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara.